Musik Hallo liebe Leute zu einer weiteren Folge von Layers of Fear, heute mit Kapitel 6. Wahrscheinlich als das letzte, denke ich mal, weil schließlich haben wir keine Schranktüren mehr. Und heute kommen wir also zum Abschluss. Ich hoffe die Folge wird nicht viel zu lang. Letztes Mal ging es ja über eine Stunde. Ich habe 20 Minuten davon weggekürzt, als ich da Rätselraten drum stand. Und ja, heute geht es wieder los mit dem letzten Teil, denke ich. Was wird unser Erlebnis sein? Warte mal, ich muss umschalten, damit ihr was seht. Ich habe schon hier drauf gedrückt. Genau hier. Das ist unser aktuelles Bild. So schaut es dir derzeit aus. Mal sehen, was uns erwarten wird. Gut, also die letzte Folge war schon knallhart. Ich habe mich so erschrocken zweimal, dass es mit dem Aufzug war echt hart. Richtig übel. Also Gott, wenn ihr es angeschaut habt, wisst ihr was ich meine. Das ist so schlimm. Und übrigens heute wieder neu. Ich habe die Kameraposition wieder mal verändert. Ich probiere noch rum. Ich muss noch rausfinden, was mir am besten gefällt. Wäre natürlich auch cool, wenn ihr mir ein kleines bisschen Feedback geben würdet. Dann kann ich auch sagen, ja, ah ja, das kommt an, das kommt weniger gut an. Schreibt es mir doch einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ich werde die Aufnahme sicherlich noch heller machen. Man sieht es ja fast gar nicht. Ich habe meinen Bildschirm jetzt schon heller gestellt, damit ich überhaupt was erkenne. Sowas könnt ihr mir ruhig schreiben. Das würde mir wirklich helfen. Okay, es geht schon mal gut los hier. Okay, hier ist eine Art Speisekammer. Dann gehe ich erstmal in den offenen Bereich. Da können wir anscheinend eh nichts tun. Hoffentlich geht hinter mir die Tür jetzt nicht zu. Aber geht ja gar nicht, weil es keine. Oder es verändern sich die Wände. Man weiß es ja nicht. Das ist sehr genial, oder? Das ist genau da, wo wir eigentlich rein sind. Also wir müssen hier hin. Okay, alles klar. Wir legen schon ein paar Äpfel rum. Wir sind aus der Äpfel. Die Äpfel gehen uns aus. Ja, das tun sie wohl. Oh, ja, das tun sie wohl. Ist da was drin? Hier ist ein Teller. Hier ist nichts. Äpfel. Wieso gehen die euch aus? Ihr habt so viele. Hey, ist da was? Nee. Äpfel. Also was? Was soll das? Irgendwelche Bilder. Wir haben fast nichts gefunden. Nee. Was ist das? Wir haben ein paar Bilderchen gefunden. Hier vielleicht? Puh, das ist auch schon verdammt dunkel hier. Oh Mann. Also hier ist nichts. Da war auch nichts. Das Bild kennen wir schon. Oh. Oh. Da ist diese schwarze Masse wieder und das Gemälde verläuft richtig. Seht ihr das? Okay. Oh. Oh. Sogar die Möbel verlaufen. Wie in der einen Folge mit dem Schreibblattenspieler, falls ihr euch erinnert. Da kommt das schwarze Zeug raus sogar. Uuuh. So entsteht dieses schwarze Zeug hier überall. Es läuft aus den Gemälden. Das ist das... Das Grauen. Ich meine, das Graue sitzt in diesem Maler. Oh. Uh. Das ist... Doch das ist eine Bild, was man aus dem Trailer gesehen hat. Ich habe mich immer gefragt, was das ist. Was ist das bitte? Und auch jetzt verstehe ich nicht, was das sein soll. Und da unten flimmert das komisch. Was sollen wir tun? Näher rangehen vielleicht? Was? Hat es gerade die Zähne eingezogen? Das sind laute Ratten auf diesen Bildern. Schaut mal. Oh. 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 Die wackeln, wenn ich näher komme. Moment. Okay. Hören auf jetzt. Bleib mal in der Mitte hier. Oh. 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 Oh shit. Oh shit. Aber die tun mir nichts, oder? Das ist einfach nur ekelhaft. Und das Bild löst sich auf. Und ich höre das Heulen wieder. Oh man, ey. Da ist eine Ratte noch übrig. Eine Ratte ist noch da. Also, ich denke, er hat seine Frau bezichtigt, die Ratten in sein Atelier gestellt zu haben. Oder hat er sich die Ratten nicht nur eingebildet? Sind die Ratten nicht in seinem Kopf? Ist der nicht völlig durchgedreht, dieser Typ? Ich sehe das eher so, aber keine Ahnung. Oh man, das... Ich will da nicht rein. Aber was sollen wir sonst machen? Das ist sie! Alter! Ey, komm. Jawohl, es geht. Boah, shit. Alter. Was kracht denn da? Aber ist die Tür jetzt offen? Ja, Mann! Hä? Aber das ist jetzt wieder woanders. Und das Heulen ist noch da. Da können wir wohl nicht weiter. Ja, das Heulen jetzt wieder. Oh! 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 Innenhof. Ja, klar. Hä? Diese Vorhänge. Don't look back! Da waren wir doch in der letzten Folge. Da habe ich mich nicht umzutrauen und habe doch die Trophäe dafür gekriegt. Selbsterhaltungstrieb, nicht wahr? Aber ich schaue immer da rüber. Ich habe die Cam heute oben. Oh Mann, ey. Das ist die Angewohnheit. Hä? Aber wir laufen doch jetzt da zurück, wo wir weggelaufen sind. Ist das eine gute Idee? Und das Heulen wird wieder ein bisschen lauter. Hier ist wieder das Kindergemahle aus der vierten Episode. Laufen wir jetzt zurück? Hier ist alles schwarz dann plötzlich. Was geht denn jetzt ab? Moment mal, hier ist eine Tür, aber was ist das? Alter. Die Tür am Boden. Klar, wir kennen es nicht. Gehen wir durch? Wir gehen durch. Was sind wir? Kann mich hier raus, bitte schnell. Wir haben uns einfach mal schnell zugemacht. Man, man sieht hier gar nichts außer dieser kleinen Kerze da unten. Gar nichts. Und ich habe den Bild schon wirklich auf optimalste Einstellung, um überhaupt was zu erkennen. Was ist das denn? Was ist das denn? What a shit. Diese schwarze Masse sieht ein bisschen aus wie so ein Sandtuch oder so. Hat irgendwas Faszinierendes an sich, finde ich. Was ist das hier? Wo sind wir hier? Hä? Kann man da runter springen? Sollen wir es probieren? Nein, oder? Das wäre doch dumm, da runter zu springen, oder? Nee, das machen wir nicht, oder? Ich meine, man könnte hier schön auf die Rampe... Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ich glaube, wir haben eine Entscheidung getroffen. Ach du Scheiße, oder? Oh, da ist ein Zimmer. Can you even paint anymore? Kannst du nicht mal mehr zeichnen? Ist das ein Innenleben, das Ganze hier? Wie er das Haus wahrnimmt, vielleicht? Was ist das? Eine Oja-Platte. Eine Oja-Platte. Was sollen wir jetzt da schreiben? Hä? Oh. Manche davon leuchten. TS? Hä? Moment mal. Kann man das irgendwie lösen, das Rätsel? Gibt es irgendeine Möglichkeit? Oh, ist zu. Ja, glaubt's. Ich habe doch mit Yes geantwortet, hä? Ah, da ist was. Sehr geehrter Herr, meine Ehefrau wäre davon begeistert, auf ihrer Hochzeit zu spielen. Bitte rufen Sie uns heute Abend an, damit wir die Details veranbauen können. Unsere Nummer lautet 363 Aha. 853 Ich hoffe bald wieder von Ihnen zu hören. Moment. 363 853 und äh 354 War das nicht so? Ich weiß es nicht mehr. Aber das hilft uns jetzt halt auch überhaupt nicht, oder? Wollen wir mal hier was probieren? 3 6 3 Was war das zweite? 853 853 854 4 3 Ich weiß es nicht mehr. Und dann 354 Hä? Das passt nicht mehr rein. Yes. Alter. Mein Körper besteht aus Gänsehaut gerade eben. Ach du Scheiße. Also es ist jetzt wirklich wirklich schlimm hier schon. Wirklich vorbei mit dem netten Getue. November. Ich glaube ich sollte glücklich sein. Warum bin ich nicht glücklich? Ich habe eine wunderschöne Tochter. Ich finde sie ist es. Ich weiß dass sie es ist. Also warum kann ich sie nicht anschauen ohne mich schlecht zu fühlen? Ich hatte einen liebevollen Ehemann. Wundervoll sensibel. Jetzt sehe ich nur noch einen seltsamen Mann der sich nur um seine Bilder schert. Als ob sie überhaupt von Bedeutung wären. Es ist alles so sinnlos. Die Musik half und sie tut es nicht mehr. Das ist von ihr. Also sie ist sich ihrer Verbitterung schon bewusst gewesen. Nicht wahr? Wenn wir das so lesen. Sie leidet sehr. Sehr, sehr, sehr. Und ich meine das hört man ja auch unentwegt. Ich weiß nicht ob ihr das Weinen die ganze Zeit vernimmt. Das ist ständig im Hintergrund hier die ganze Zeit. Ach Gott. Das ist wieder doch ihr Raum. Was ist zum Teufel? Das ist ja völlig Banane mittlerweile. Das ist doch ihr Zimmer. Da sind wir doch dran vorbeigelaufen. Ich habe es nicht gewagt reinzugehen. Und ich werde es auch jetzt nicht wagen. Ist sie da? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ganz ehrlich? Der Rollstuhl wieder. Hör doch auf, Tür. Können wir den anschieben? Können wir ein Licht anmachen? Nee. Halleluja. Toilette. Oh, no. Gute Idee? Ist das nicht... Hä? Ich muss gedrückt halten. Da ist sie. Gute Idee? Huh. Wurde mir ein bisschen zu krass, Leute. Ich habe losgelassen. Wir müssen da hin. Oh Gott. Dann durch. Wir gehen zu ihr jetzt. Ich halte gedrückt. Mal sehen, was passiert. Komme, was wolle. Das ging nicht länger. Das ging nicht länger. Keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung, wir jetzt alles richtig gemacht haben oder was hier fehlt. Hier sind noch Handtücher. Im Spiegel der nicht klappt. Was ist so lange dauert? Öpne diese Tür. Ich muss gehen. Öpne sie. Höre ist... Oh Gott. Nein. Nein, 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 nein. Was hast du getan? Nein. Hat sie sich umgebracht? In der Badewanne? Vor lauter Verzweiflung? Und wandert ihr Geist umher? Wollte er sie zurückbringen? Wollte er deswegen noch das Bildnis machen? Keine Ahnung. So eine Theorie. Aber offensichtlich hat sie sich... Warum drehe ich mich die ganze Zeit? Ich drehe mich. Ich kann das gar nicht ändern. Was ist zum Teufel? Ich versuche dagegen anzukommen. What the shit. What the shit. Es dreht sich automatisch. Ich werde wahnsinnig. Hier, hör doch auf. Hör doch auf. Vielleicht können wir uns so retten. Ich hoffe nicht, dass es ein blöder Bug ist. Oh. Es geht weiter. Es geht weiter, Leute. Ich hoffe, die Steuerung ist nicht kaputt. Der hat sich gerade einfach die ganze Zeit gedreht. Und er hat mein Zutun. Was ist das? Können wir nochmal rein? Es ändert sich jedes Mal. Das ist das Kind. Die Tochter. Oder? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich sehe nur eine Couch, auf der nichts drauf ist. Hier ist einer! Und nun, was ist das für ein Ding hier überhaupt? Was haben wir gesehen, was können wir tun? Können wir uns da hinsetzen und spielen? Und warum sollten wir das tun? Das Kinderzimmer wieder! Was gibt es denn hier? Das war auch echt eine spooky Situation, Teddybären... Irgendwie ist alles upside down, mehr oder weniger... Ich fang schon wieder an, mich zu drehen! Der Typ ist so fix offen, was geht mit dem... Da ist ein Stein, oder? Wir müssen die Steinchen sammeln... Jetzt wird sich wieder was ändern, oder? Ja, Mann! Sieht nicht so gut für uns aus, oder? Ja, verlieren wir gerade! Ist das ein Spiel? Das lief schon mal besser! 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 Was ist das? Das habe ich gesucht! Ich glaube, wir müssen diese Steine halt finden! Wir haben fast verloren! Oder? So schaut es hier aus für mich! Sie kamen gerade aus dem Gemälde raus... Verdammt nochmal, was zum Teufel... Was ist denn hier passiert, bitte? Wie unter Wasser hier! Oh, man! Diese Augen von diesem blöden Bild! Oh, da steht was! Oh, da steht was! Warte mal! Was kannst du gewinnen? Alles? Was ist das für eine Frage? Shit! Jetzt geht es da hinten weiter! Krass! Da geht es hoch auch! Aber nicht wirklich! Oh, ein Ball! Oh! Weg ist er! Die Badewanne ist irgendwie nicht so ganz knuschbar! Meiner Meinung nach! Oh Gott! Könnte nichts machen, oder? Da ist das Ding! Schaut mal! Das reicht noch nicht! Vielleicht war da noch ein Stein! Oder ich habe keine Ahnung! Haben wir was übersehen, Leute? Können wir die Spülung drücken? Häpfel! Ein Bereich da hinten ist noch offen, nicht wahr? Licht aus! Licht an! Hä? Hier ist nichts mehr, oder? Ich sehe nichts! Ist da was? Ist das was? Ist da irgendwas drin? Nein, man sieht es halt Null! Geh ich mal die Stufen nochmal hoch, ansonsten weiß ich jetzt nicht, was wir tun sollen! Da! Schaut mal! Hetzel! Hä? Jetzt tut sich was! Jetzt verlieren wir! Oder? Jetzt haben wir verloren! Was passiert denn jetzt? Was ist das? Oh, der ist das? Ich wusste doch! Oh, das ist wieder diese Küche! Wir müssen noch einmal in die Küche! Wir müssen noch einmal in die Küche! Und zwar aus einem bestimmten Grund! Wir müssen unseren Arm wiegen! Schaut mal! Ich wusste doch! Das Haus brennt! Was? Ist hier irgendwas? Ich glaube hier ist doch gar nichts mehr, oder? Oder? Jetzt haben wir wirklich jeden Bereich des Hauses gesehen und abgesucht und... Ich glaube wir müssen zurück! Ich probiere es jetzt mal! Oder haben wir noch was vergessen? Vielleicht haben wir noch was übersehen! Hä? Hä? Das ist noch einer! Hä? Schnell hin! Das sind keine schwarzen Steine mehr! Was? Schlägt mich zurück! Wir nehmen es einfach nochmal! Moment! Schaut das Baby nicht grundlos dahin? Es dreht sich wieder! Es dreht sich wieder! Hör aufs dich zu drehen! Was kann ich denn hier tun? Was ist das, Mann? Wir haben noch was geholt jetzt! Ah! Jetzt ist es nicht mehr schwarz! Verstehe! Wir mussten ein Gegenwicht schaffen! Das ist anscheinend noch nicht ganz vorbei! Und nun? Was machen wir jetzt? Der Rollstuhl ist plötzlich da! Das hässliche Bild! Wir gehen da jetzt mal hin! Das Herz! Das Klavier! Hier! Wo ist es denn? Nehmen wir uns das letzte! Können wir nicht! Was passiert hier? Was ist denn Teufel? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Du Scheiße! Es tut mir leid! Das war ja so genial gemacht jetzt! Wird das jetzt einen Abschluss finden? Oder was wird jetzt passieren? Aber es war so genial gerade eben! Boah! Was ist das! Es ist schön. Aber es ist schön! Es ist perfekt! Wirklich! Wie immer! Vielleicht! Wird es? Was ist das? Das ist es? Und wir wollen das? Wir wollen das! Ich verstehe nicht. Nein! Stop es! Bitte! Oh! Das war so nah! Diese Zeit... Ich habe fast es geschafft! So, hat sie mal ausgeschaut. Ich frage mich, ob sie wirklich dann auch so ausgeschaut, wie wir sie gerade gesehen haben. Krass, jetzt wird es klar, oder? Krass! Also, es ist wie ein Kampf, ne? Zwischen den beiden. Der will nicht, dass ich da reingehe, oder was? Der hat mich jetzt umgedreht, aber ich will halt mal hier auch reingucken. Das Kinderzimmer. Na, dann gehen wir halt. Ja, ist ja gut. Ich gehe euch hier. Das Spiel ist echt genial, Mann. So schaut es hier wirklich aus, ne? Mit deinem Schrank hast du nachgeschaut, ne? Um da hoch zu kommen, du Verrückter. Ist hier noch was drin, frage ich mich. Gar nichts. Da unten war doch immer diese schwarze Masse. Wir schauen mal. Nichts. Nichts. Ah, da ist was. Liebste Gemahlin. Ich weiß, dass die letzten Monate verheerend gewesen sind. Und ich weiß, dass ich Unterstützender hätte sein sollen. Fürsorglicher. Selbstloser. Ich kann einige der Dinge, die du zu mir gesagt hast, immer noch nicht glauben. Wahrscheinlich war ich einfach nie dazu bestimmt, ein großartiger Ehemann oder Vater zu sein. Ich dachte, dass ich ein großartiger Künstler sein könnte. Aber auch dieser Traum ist ausgeträumt. In seiner Abwesenheit werde ich mein Bestes geben, um dich mit all der Liebe und dem Mitgefühl zu behandeln, die du verdienst. Du bist die Liebe meines Lebens, meine Muse. Du wirst diesen Brief niemals lesen. Es tut mir so leid. Hm. Hat er es an seine Frau geschrieben, ne? Aber sie hat sich umgebracht, oder? Und er versucht, sie wieder herzukriegen, oder was? Sehr eigenartig, wie diese Schublade aufgeht. Man möchte meine nach links, aber nein, man muss nach rechts drücken. Komisch. Heftig. Ich mache immer die Lichter an. Hässliches Bild. Also wirklich das Hässlichste fast. Obwohl es gar nicht so schlimm ausschaut. Aber einfach halt hässlich. Und er hat immer und immer wieder probiert, seine Frau hier zu malen. Skitzenbuch der Verdammten. Ha! Das sind die Producer und alles. Das ist ja witzig. Der sieht verrückt aus, Mann! Ha! 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 Oh, das ist Kulio hier. Kulio. Okay. Ha! Ja, das ist schön. Schön gemacht auf jeden Fall, ne? Schöne Bilder. Schön gezeichnet. Nur die Leute sagen mir halt gar nichts, ne? Schöne Credits, muss man sagen. Dafür gibt es sogar eine Trophäe. Mögen wir heult noch? Ich höre immer noch ein Heulen. Oh, man. Vielleicht können wir doch noch begegnen, hm? Hörbe sind das für einen Raum? Ha! Hier ist das Schlafzimmer. With something all around, something all around, something all around. With something all around. Das Bett ist ja völlig zerstört. Ja, aber das war das Gemälde, ne? Das schreckliche Gemälde hier. Krassinger, Krassinger. Das bringt ja nichts, wenn wir jetzt drehen, ne? Das bringt ja nichts. Wir haben ja keine Platte, oder? Das hat überhaupt keinen Sinn, das zu machen. Bling! Bringt uns nichts. Die Platte ist irgendwo zu sehen, sowieso alles hier zerstört. Unten ist ein Atelier und was ist hier? Zu. Sieht sowieso nicht sehr einladend aus, aber ich wollte mal geguckt haben. Okay, gehen wir doch mal runter jetzt. Gottes Willen, oder? Da gehen wir gleich rein. Aber ich will erst ins Bad schauen. Hat sie sich wirklich umgebracht? Dieses Messer, was wir gefunden haben. Und diese Textstellen dazu. Er schickt mich wieder raus. Das dreht sich dann irgendwie komisch. Ganz komisch. Schaut mal, diese Drehung, die mache ich nicht selber. Das macht das Spiel. Wie bei der Küche, oder? Ja. Ja. Ah, dieses Bild, ja. Hä? Äh, was gibt denn das für ein Sinn? Das sind doch diese, diese, äh, äh, Duft, äh, Teile, die man sich ins Auto hängen kann, oder? Oder wer weiß, was das noch genau ist. Okay, wir schauen jetzt ins Atelier. Wir haben lange genug darauf gewartet. Mal sehen, was jetzt passiert. Nichts. Können wir jetzt rausgehen? Da war noch was. Ah, nichts besonderes. Ah. Hä, was ist denn mit der Schublade los? Ah, okay, sah das aus. Hier ist nichts drin. Ist hier noch was? Können wir raus? Haben wir's? Nö, wir dürfen nicht raus. Wir können nicht raus. Da hinten ist noch eine Tür. Also die hier ist zu. Ist hier noch eine Tür? Es geht in den Keller. Bevor wir da reingehen, schauen wir uns noch schnell diese Tür um. Da können wir auch rein. Was ist denn das hier? Die Speisekammer. Scheint aber alles voller Mäusefallen zu sein. Und zwar echt massiv. Viele. Am Boden, jetzt sehe ich's. Okay, hier ist aber sonst nichts. Das heißt, wir gehen jetzt in den Keller. Okay. Mal sehen. Ja, die Folge wird auch ein bisschen länger. Aber ich glaube, wir nähern uns jetzt wirklich dem letzten Stück. Okay. War das Klavier denn nicht hier? Ja. Kommt man überhaupt durch? Sieht halt überhaupt nicht so aus, ne? Ich wüsste gar nicht wie halt. Ja. Weil hier geht's nicht. Oh Gott. Ne. Ich glaube, das ist nicht beabsichtigt, dass wir jetzt hier hingehen. Allerdings verstehe ich auch nicht, was beabsichtigt ist. Ich weiß nur, dass ich mich jetzt hier in eine Ecke manövriert habe, wo ich nicht rauskomme. Ziemlich veräppeln. Ich komme hier nicht raus. Und doch hier, oder? Oh Gott sei Dank. Ich dachte, wir hätten uns jetzt in irgendein Ecke glitscht. Hier kommen wir nicht durch, oder? Ich habe nur keine Ahnung, was das Spiel jetzt noch möchte. Eine richtige Auflösung. War es ja jetzt nicht ganz so, hm? So ein bisschen. Immer noch ein bisschen kryptisch. Er hat schon tausendmal probiert, sie zu malen. Und das Bild, auch wenn es schön endet, verwandelt sich doch wieder in etwas Hässliches. Ich frage mich, ob es möglich ist, sie richtig zu malen. Wenn man in jede richtige Entscheidung trifft und so. Das geht. Wir können da nicht rein. Und wir können nicht ins Atelier. Und ich weiß nicht wieso. Und ich weiß nicht, was wir tun sollen. Das waren schon die Credits. Ist er gefangen in seinem Zimmer? Kommt er nie raus? Ist das das Ende? Gibt es noch irgendetwas, was wir tun können? Da ist was. Der Schlüssel. Mensch, Dummi. Ab ins Atelier. Jetzt habe ich es echt übersehen. So, aber jetzt. Oder ist der Weg zum Atelier nicht das Richtige, hm? Nix zu finden hier. Nix zu finden hier. Und immer das Weinen, was man so hört. Das ist schon tausendmal passiert. Schaut euch das an. Huh? Vielleicht können wir jetzt endlich das Schreiben komplett lesen. Ich weiß, wie du dich fühlen musst. Verloren, alleine, hoffnungslos. Wahrscheinlich verdienst du das. Doch selbst für dich. Es gibt noch einen Ausweg. Einen Weg, um alles zurückzubringen. Das einzige Ding von Wert, das du jemals wirklich begehrt hast. Beende es. Ziehen wir es runter. Das Bild war wieder leer, ne? Das Bild war wieder komplett leer. Ewiger Kreislauf? Ewiges Leiden? Was hat es zu bedeuten? Ich meine... Er hat sie tausendmal versucht, wieder so zu zeichnen. Er hat... Ich weiß nicht. Es wird nicht klar, woher diese... Woher die Knochen herbekommen? Woher das Auge herbekommen? Von welchen Menschen? Ist das von ihr? War das eine Art Magie? Oder wollte er nur ein Bildnis von ihr schaffen? Aber diese Negativität, ist das alles nur psychologisch zu sehen? Oder ist das tatsächlich passiert? Schwer zu sagen. Aber auf jeden Fall war es wirklich gut. Und vor allem der Schluss war... Genial teilweise. Diese Sequenz... Diese Musik... Also das Spiel ist schon echt... Sau gut. Es ist... Aber immer noch für mich unklar. Also ich kapiere das Ende nicht ganz. Ich werde mal irgendwas drüber lesen müssen. Vielleicht gibt es eine gute Erklärung. Weil so ganz ist mir nicht klar geworden. Klar ist auf jeden Fall, dass... Schlimmer Unfall passiert ist. Und... Sie hatten ein Kind. Und... Alles war noch gut. Dann hat irgendwie das Haus gebrannt. Der Hund ist dabei auch umgekommen. Also ihr Hund ist gestorben. Sie war entstellt. Und kein Arzt konnte das wieder... So hinkriegen. Sie wurde deswegen natürlich auch echt... Ja... Unglücklich. Ihr... Er kam überhaupt nicht mit der Situation klar. Wurde wieder zum Trinker. Das Kind wurde vernachlässigt. Von beiden muss man aber auch sagen. Also ich... Es gäbe es ja niemanden einzeln so hier. Ne? Hüde oder dir. Ne? Also das waren beide irgendwie... Es lief nicht gut. Es lief alles richtig scheiße. Aber wie kam es zu dieser Situation? Also ich glaube sie hat sich dann irgendwann umgebracht. Und der Typ fahrt immer noch im Haus. Versuchen sie... Zu malen. Keine Ahnung. Das Kind. Das ist anscheinend weg. Das haben wir jetzt überhaupt nicht erfahren. Aber ich glaube deswegen gibt es auch das DLC. Weil da geht es um das Kind. Da spielt man das Kind soweit ich weiß. Weiß nicht ob ich das mache. Vielleicht irgendwann mal... Das behalte ich mir doch im Hinterkopf. Das mal zu machen. Das Spiel habe ich ja. Vielleicht machen wir das mal. Ähm... Wenn ihr eine eigene Theorie habt dann... Könnt ihr sie gerne mir präsentieren. In die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren was ihr über das ganze denkt. Falls ihr das auch gesehen habt. Wer weiß ob sich das jemand überhaupt komplett anschaut. Wäre natürlich cool. Weil dann hätte ich mit jemanden über den ich mit dem diskutieren kann. Aber... Schon krass. Aber das Spiel ist natürlich erste Sahne. Richtig krass. Also... Es hat mich so mitgenommen. Es hat mich so... Erschrocken. Es hat mir solche Gänsehaut Momente verpasst. Ich war manchmal richtig sprachlos. Wusste nichts mehr zu sagen. Also das... So ein gutes Spiel. Special thanks to Lauren Bolton. Roxy Garza. Annamal Baltres. Don't look back. Don't look back. Warum steht das jetzt nochmal da? Don't look back. Jetzt bin ich mal gespannt ob noch etwas passiert. Wir warten das jetzt mal ganz kurz ab. Bevor wir jetzt das... Let's play für immer beenden. Für immer. Wer weiß das schon so genau. Bring es zu Ende. Wir drücken mal drauf. Was passiert hier? Ich will nur sehen was hier steht. Bring es zu Ende. Bedeutet das, dass wir dann einen neuen Spieldurchgang machen können. Wo wir die verlorenen Sachen finden. Und dann gibt es ein anderes Ende. Wir können das Gemälde vielleicht abschließen. Schauen wir mal kurz. Get it right this time. Ich glaube wir haben nicht alles richtig gemacht. Und deswegen haben wir es nicht geschafft. Und hier sind wir wieder. Oder das ist jetzt wieder der Kapitel 1, oder? Ja, mit den ganzen Flaschen wieder. Und die Sammlung. Ist die jetzt aber voller. Sind da die Sachen, die wir schon gefunden haben? Aha, vielleicht müssen wir einfach alles finden. Da fehlt dann schon noch einiges. Schreiben fehlen uns. Wie wir sehen. Zwei Stück mindestens. Drei. Vier. Mindestens vier oder fünf fehlen. Wo hat es angefangen? Ja, das ist wieder Kapitel 1. Also, pfff. Tja. Ich weiß nicht, ob ich das machen werde. Aber ich fand das Spiel trotzdem sehr interessant. Wir kommen jetzt langsam zum Ende. Wenn sich hier die Stimmung wieder aufbaut. Wir müssen zum Ende kommen, Leute. Es genügt. War ein geiles Spiel. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Leider kennt ihr das jetzt vielleicht schon. Wenn ihr es aber nicht komplett gesehen habt, macht es unbedingt. Das ist echt eine Erfahrung wert. Auch wenn es ganz schön hart ist teilweise. Aber das Spiel ist saugut. Das war es mit diesem Let's Play, würde ich sagen. Wir werden jetzt nicht grinden für das Secret Ending. Oder damit wir alles bekommen. Das mache ich auf keinen Fall. Vielleicht der Offscreen, wenn ich Bock habe. Und das DLC. Das überlege ich mir noch. Aber nun kommen wir zum Ende, bevor das Video noch länger wird. Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend. Eine gute Zeit. Haut's rein. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Let's Play. Oder was auch immer kommt. Lasst euch überraschen. In diesem Sinne. Alles Gute. Euer Mac Moe. Servus Leute. Ciao.